Und so, das gibt dann der Henkel, schneiden jetzt auch gleich, so, und das bleibt völlig. So, jetzt braucht man das schon nicht mehr, es geht alles von Pust. Seht ihr, das sieht man gut. Ja. Jetzt sieht das aber mal so aus. Ja. Und dann muss man die Etten einlegen. Ja. Ja. Eine Palma muss... Portate machen, oder? Ja, ja. Eine Palma muss man einfach hin und her. Ja. Damit es so eine Festigung gibt. Ja, genau. Ja, das sagt das. Jetzt kehren wir das irgendwie, das sieht jetzt einfach so aus. Und da. Und da jetzt wieder so ein Ding, und da können wir jetzt die wieder rein. Ja, genau. Ja, okay. Okay. Das ist dann das, was dann oben oben das Ding gibt, die Körse, die man da hat. Ja, das Körbe quasi. Ja. Ja. Das sieht jetzt kompliziert aus. Und du denkst, die Boden ist schon wie manchmal hierher. Sehr schön. Ja. Aber das ist es bei dem. Ja. 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 Ja, so sieht man. Jetzt kann man das hier noch zusammen wegnehmen, zum Beispiel. Und so oben, damit es so ein Ding bekommt. Jetzt kann man das auf alle Seiten nehmen. Das ist einfach so ein Ding, dann kann man das so nehmen. Jetzt ist so ein Schiff. Wenn man es jetzt so anschaut, könnte man das Schiff benutzen, zum Beispiel. Ja, ja, genau. Voll schiff. Das könnte man sonst noch zusammen nehmen. Ja, kennt ihr? Noch mal so zu sagen. Und wenn man es noch weniger zeigt, gibt es noch Flüger. Flüger? Ja, aber wir müssen es jetzt wieder voneinander nehmen. Nein, nein, das machen wir jetzt nicht. Das sind jetzt die Dinge, die man jetzt zusammensetzen muss. Und das muss man jetzt mit Gefühl eine solche Eche legen. Ah, das ist quasi die innere ... Ja, dass es ein Ding gibt, ein Körbchen. Ja, ja. Dass es hier eben auch eine Kante gibt. Aber das gibt es dann schon, wenn man es ein paar Mal geknettet hat. Seht ihr? Jetzt ist es eigentlich schon fast. Wow. Wow. So. Das wäre eigentlich auch das erste Mal. Und dann kann man eben ... Eigentlich wäre es nur zum Einstecken, so auf der Seite. Ja. Aber er hat nachher nicht. Ja. Jetzt habe ich aber das Klebe genommen und es gleich so angeklebt. Klebt. Das mache ich jetzt nicht. Okay. Okay. Und da können wir jetzt eben noch Kleberli dran tun, weil ich eben dort auch gemacht habe. So. Auf den Boden. Ah, hier ist jetzt noch einmal gelegt, der kommt dann noch runter. Ja, gerne. Ja, gut. So wäre das. So. Cool. Wow. Ja. Wir sehen auch schon, was es so sein soll. Das kann ich jetzt erst mitnehmen. Ich kann es erst wieder öffnen und schauen. Ich mache es im Fall. Ich mache es im Fall. Ich mache es im Fall.